Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem nächsten kleinen Info-Bet-Vlog. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte euch eigentlich nur kurz erklären, warum aktuell so wenig Videos kommen. Und vor allem, huch da ist noch der Victor von der SD-Karte. Und vor allem, warum so wenig Playstation Spiele gerade kommen. Das ist nämlich daran, dass ich meinen Playstation leider geschrottet habe. Bzw. ich hatte ja die zweite Person der PS3 und hatte jetzt den Yellow Light of Death Fehler. Können wir ja mal bei Youtube einnehmen, da füllt man eine ganz witzige Beschreibung dazu. Dann habe ich eine Playstation bekommen von Basti von meinem Cousin, wo ich jetzt in Rostock war eine Woche, im Urlaub sozusagen. Die hat sich auch verabschiedet, also in 10 Minuten, in dem ich es nicht gehabt habe. Jetzt haben wir eine neue bestellt, die kommt auch hoffentlich morgen oder übermorgen schon. Und dann geht es weiter mit The Redemption und mit anderen schönen Spielen. Da ist noch viel geplant. Genau, aktuell wird dann ein bisschen kranken, wenn ihr vielleicht hört. Von daher da aus noch ein bisschen, bis dann wieder das Spiel kommt. Abortet ihr auf jeden Fall weiter mit den ganzen Let's Plays. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich hoffe ihr hattet Spaß bei dem Video. Haha, das war ein sehr kurzes. Und dann bis bald. Tschüssi! 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 Wanna Б частen?